Das ist komisch, ich habe noch keinen einzigen Gast getroffen. Sei froh drum. Es ist so still hier. Wie kann das denn möglich sein? So still. Hier ist kein Gast. Die rumschreien wie als ob sie gerade für gewohltätigt werden. Ja, meine ich. Meinst du so? So in Richtung, ja. Aber ich glaube, ich renne nicht mehr. Das ist stumm. Weißt du, Sport ist Gift für mich. Sport ist kein Mord, Sport ist Gift. Sag mal, hier der Dings, der Nils weggegangen ist, hat er sein Holz hier bei uns abgeliefert? Ich glaube nicht. Bringt das, wenn er Holz warm geht, wenn das nicht? Später. Später, Peter. Ich schlage dir gleich in die Fresse. Ich sehe da hinten die Festung nicht. Das heißt, die ist nicht da hinten. Hm. Gott segne mich für diese Erkenntnis. Das Erkenntnis. Ich schlage dir in die Fresse für diese Erkenntnis. Für den Erkenntnis. Die Erkenntnis, habe ich gesagt. Für den Erkenntnis. Ich glaube, wir sind das Chaos-Team. Das passt, glaube ich, ziemlich gut. Es passt ja irgendwie, weil ich und Nils sind ja das Chaos-Duo. Wir sind die Gewinner. Gewinner der, äh, Sieger der Herzen. Die Heartbreaker. Wir sind keine Boy-Band. Scheiß-Creeper. Das klingt immer so, als wäre das direkt neben meinem Ohr. Das ist irgendwie doof. Da stehe ich ja plötzlich da wie doof. Ha, 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 ha. Ich glaube, wir kriegen den, den, den... Ich glaube, diese Creeper werden von dir. Ich glaube, wenn es einen Preis gelb wäre für die dümmsten Witze in einer Aufnahmesession, dann hätten wir den schon dreimal bekommen. Den hätten wir schon... Na, na, na. Ich denke mal, Julian kommt da ziemlich nah dran. Also der, der haut manchmal auch richtige, richtige Brecher raus. Brechereizsprüche. Nee, nee, nee. Das habe ich nichts für einen zu. Zu Brechereizsprüche. Brauchst du ordentlich, habe ich schon. Hi, Peppy. Hi. Alles in Ordnung, Peppy? Ja. Gehen wir dir auf den Sack? Ich meine, was habt ihr bis jetzt getan? Äh, du fühlst dich jetzt ganz... Äh, gibst du zu, du fühlst dich jetzt ganz groß, dass du einen Diamanten gefunden hast. Nein. Doch. Das ist der Punkt. Und ich habe ein Portal gebaut, ich habe den Enchantment Table gebaut, ich habe mich auf Level 30 gebaut. Hättest du nichts gemacht, hätte ich das direkt nach dir gebaut, mit Lava-Eimern. Hat jemand was zu essen für mich? Äh, nee. Ich hätte sechs Fleisch. Irgendwie haben wir voll nichts zu essen. Äh, nee, da, ich bin nochmal, äh, was wollte ich denn jetzt? Irgendwas wollte ich jetzt machen. Hier, 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 aber du brauchst nix mehr. Ja, gib her. So, wenn ich jetzt Shift loslasse, dann verbrenne ich Tablet in der Lava. Ja. Hast du dran. Ich habe die größte Ration, die man dabei haben kann. Nennt sich ein Brot und ein Steak. Ich bin mal auf der Suche nach dem Winterwald. Winterwald? Ja. Du bist so Fichten? Ja. Gucke. So. Das nervt mich. Ich habe irgendwie keine Weitsicht in meinem Minecraft mehr drin. Außerdem suche ich, äh, Leder. Ich empfehle Optifine, da kannst du zoomen. Äh, nee, also, es geht nicht so weit, es lädt nicht so weit. Ach das. Da hast du einfach Pech. Also Leder suche ich jetzt auch noch. Ich glaube, ich baue mich mal da hoch. Eigentlich müssten wir auch noch auf dem Schwert looting bekommen. Ja, looting wäre geil. Ja, weil es so ein Pornischwert wie das, was ich letztes Mal hatte. Mhm. Ja, das wäre praktisch. Ich dachte, ne Kuh und ich kriege ein... Das wäre praktisch fantastisch. Nivellose Witz gesponsert bei Truelty, ja. So, ich glaube, ich muss, äh... Ich glaube, das prägt mir ja nichts. What the f... Letzten Worte. Da ist in der Hölle plötzlich irgendwo ein Freeper her. Nein. Ach ja, vor dem wollte ich euch noch warnen. Next. Peppy, das kam zu spät, aber ich fand das gut. Kriegst ein Like. Danke. Du musst dich gleich auf Gefällt mir drücken. Kriegst du auch ein Abo. Nee. Du kriegst höchstens ein D-Abo. Nee, so weit geht's nicht. So und jetzt sind wir jetzt auch wieder nicht. Bist voll geldgeil. Äh, such dir mal einen Job. Dicker. Ich hab mich ja jetzt, äh, bei, äh, Wacken sozusagen beworben, dass ich da als Helfer mitarbeiten kann. Komm mal vorbei und pissen dir, äh, in einen Zaun. Beste Wacken-Geschichte ever. So ein Typ beweist einen anderen Typen, ey, ich kann volle Kanne über den Zaun pinkeln. Pinkel drüber, wer steht auf der anderen Seite? Security. Hm. Hm. Shit happens. Gute Idee, oder? Ja, das ist best. Wir müssen eigentlich mal einen Sattel finden. Ja, ich bin in der Fässerung. Für Schweine und Pferde mittlerweile auch. Pferde. Pferde. Peppi will seinen weißen Schimmel haben. Am Penis, oder was? Gott, warum? Ja, dem. Weil. Den auch. Ist so. Den auch. Aber den hat er fast schon. Peppi, der Schlingel, der hat richtig geil den weißen Schimmel. Der schimmert auch noch ein wenig. Bleibs nicht zu weit. Also ich glaube, ich bin hier gerade am Produktivist, weil ich baue mir gerade eine Zuckerrohrfarm, die ziemlich effektiv ist, weil sie unterirdisch weitergeht. Ich suche diese verfickte Festung. Okay, dann bringen wir mal eine Pferderüstung mit und ein netter Warzen. Alter, ich bin kein Koreaner, so schnell bin ich nicht. Ich habe das mit den Diamanten geschafft und schaffst du ja jetzt auch das andere, oder? Ja, ja, aber ich muss erstmal hier Chille Pille, äh, Goldenrüstung und sieben, ähm, Dings da, wie heißen die? Ich frage mich, ob das irgendwann in eine Bezeichnung liegt, Leiker Peppi. In der ersten Aufnahmesession, bam, Diamanten! Und wie schnell, also Respekt auf jeden Fall, ne? Ja, Leiker Peppi eben. Ja, das ist, also sieben, äh, ich habe schon mal, ähm, einen Warzen am Po. Super. Was, du hast einen Warzen am Po? Egalhaft. Das freut mich. Äh, Peppi, kannst du, kannst du Ding mit, äh, mitgehen lassen? Äh, wie heißt das da? Der Boden, Seelensand. So, Sand. Äh, ich bin nicht in der Hölle. Ja, kann das irgendein anderer machen, weil ich keinen Bock hab, den abzubauen. Ja, ja, ich guck mal. Da hat keine Zeit, ich bin am Bauen. Da ist eine Lohe. Oh, da hat ein anderer Diamanten gefunden. Und bei ihm Friggert das. Und Peppi, du hast offiziell den Titel als schnell Miner verloren, weil Drago hat es auch geschafft. Ja, ne Stunde später als ich. Und die freuen sich da ein Ast ab. Ja. Ja, für die allerersten Diamanten in Minecraft. River Skelet. Das erste Mal Diamanten in Minecraft. Verdammt, wir haben sie nicht darauf hingewiesen, dass wir bereits ein Portal haben. Haben wir sie darauf hingewiesen? Nein. Das war, haben wir vergessen. Ist egal, mach ich nicht. Ähm, Dreck? Ich hab Bock zu sterben. Mehr Warzen. Mehr Warzen. Alter! Nicht sterben. Ich bin gewivered. Was? Wisserskelett? Nein, bin ich nicht. Alter, puh. Ich hab das als ein Wisserskelett gefunden. Ja, da sind zwei gespawnt. Ja, aber Leute, wenn wir, wenn wir, ähm, wir machen das so, weißt du, ich nehm jetzt, ich nehm jetzt, äh, viel zu viele, ähm, Warzen mit, als wir eigentlich brauchen. Da ist der Gast. Da ist der Gast. Ja, wir brauchen keine anbauen. Doch, einfach aus Prinzip. Ne, brauchen wir nicht. Doch. Ich hab keinen Bock, dass die anderen welche haben, ich will als Einziger unsichtbarkeitsstränke haben. So, ich hab, ähm, meine Diamantferderüstung. Ja, ja, aber wir können sie ja trotzdem anbauen, oder? Ja, brauchen wir doch nicht, weißt du, wenn ich jetzt hier schon 47 habe und die Festung ist dann nicht mehr fertig. Wir können das ja als, als, ähm, Erfinder dieses Projektes eigentlich ne Ansage machen und sagen, ähm, du darfst nichts aus verschlossenen Häuser klauen. Machen wir aber nicht. Heißt, wenn du in deinem eigenen Haus jetzt da was baust und dabei kommt eben auch ne Fahne dabei raus, dann darf das niemand klauen. Äh, wird aber nicht eingehalten. Am wenigsten bei Warzen. Dann bauen wir sie versteckt an. Ja, entweder so, oder gar nicht. Also, ich weiß nicht, was es euch gibt, aber ich hab ne schöne, schöne Behausung mittlerweile. Soll ich Pilze mitnehmen? Ja, ich nehm mal Pilze mit. Ich will für meine Behausung jetzt Fichten finden. Ficky, ficky, aua, aua, du, du. So, machen wir mal das Skelett. So, jetzt, ja, ich muss, ähm, alles abriegeln. Wo ich schon mal war und wo ich nicht war. Was ist hier? Bei mir ist ja grad am spannendsten, weil ich halt die Festung grad durchforste. Und ich darf nicht rennen. Mhm. Weil ich kein Essen hab. Gut, da geht's raus. Ich war die ganze Zeit auf dem Meer rum in der Hoffnung, einen neuen Kontinent zu finden. Etwa Eurasien? Oder hattest du deinen eigenen Namen bei dir? Penishausen. Los, finden wir Eurasien. Penishausen Advanced. Mal von da komm ich. Ähm, da kommt die da her. Hm. Pff. Ist so ein Allerwelts, äh, Land. Ich frag mal jetzt, wieso dann Nils plötzlich wieder auf Skype online ist. Das ist nicht immer nicht in meiner Aufnahme, weil es bei mir aufploppt. Und OBS nimmt ja alle denn da auf. Äh. Ah, damn. Wahrscheinlich hat er jetzt von seinen Eltern Anweisungen gekriegt, du darfst länger aufnehmen. Mach das. Piaj. Ich finde nur Inseln. So. Jonge. Ich stell mir schon, äh, wieder vor, wie Can, ähm, sterben ist. Tarjan? Ja, da. Oh nö, oh nö, und jetzt von der noch, und, alter, ein Zombie. Bam, tot. Hahaha, noop. Lol, xd. Voll weggeloffelt. Ja, man. Da, Truhe. So. Sattel, zwei Stück. Geilste Bude in der Hood. In der? Ja, Inder Hood. Ein Inder Hood. Woah, 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 back attack von Zombie. Zombie stirbt hardcore, weil, Eisenschwert. Ich komm nicht mehr in mein Boot rein. Also, ich hab ne Diamantrüstung. Fürs Pferdchen. Moment. Ja, Pech haben, kommt gleich meine Eltern voll, kann ins, immer reingestürmt. Und sagen, hallo. Dann kriegen sie erstmal einer aufs Maul von mir. Oh, oh, oh. Dann kommt dieser Teil mit. Björn. What the fuck? Wo kommt denn der zweite Zombie hier? Ich werde von drei Zombies... 5000 Zombies? What the fuck? Mach ich das nicht zu? So, fertig. Da oben ist nichts mehr. Dann gehen wir da lang. So. Das ist blöd. Ich hab vergessen vorhin, ähm... Zum ersten Mal sehe ich einen Vorteil, echt jetzt... Ich sehe zum ersten Mal wirklich einen Vorteil... aus... dem... Knockback-Effekt. Bei 50 Billiarden Gegner, die auf dich zu rennen. Alter, ich kann dich rennen hier, weil ich kein Essen mehr als Nachschub hab.